Liebe Freunde der Musik, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einem Konzern, zu einer Aufführung, die sich doch sehr im Leben abgibt, was wir hier normalerweise zur Aufführung bringen. Es geht heute sehr um zeitgenössische Musik. Und zwar werden Markus Hoffmann, Thomas Weber und Konstantin Windströhr aufführen, ihr Stück selbst definiert, natürlich Planets. Und es wird auch einen Vorleser geben, der in die einzelnen Partienstücke einführt, das ist der Volk von Führer. Und ich darf Sie im Namen der Stiftung sehr herzlich begrüßen und Ihnen viel Freude wünschen. Vielleicht macht ja sogar das Wetter noch mit, dass in irgendeinem bestimmten Punkt, wo es um gewaltige Wetter geht, um die Witter. Vielen Dank. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Licht leuchtet in der Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Licht leuchtet in der Finsternis hat es nicht erfasst. Das Licht leuchtet da ist nicht erfasst. Das Licht leuchtet in der Finsternis hat es nicht f externally� trap, wo es in Trikt westen-inemindier. Und zwar ist es nicht erfassen, weil Bessons renten die Finsternis hat es nicht erfasst. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Pluto, ein wach mit Namen Elster, rinnt durch Nacht und Nebel und sinnt in Mitte dieser stillen Handlung, sich, seine einstigen Verwandlungen, die ihn vor mehr als tausend Jahren von einem Magier mit erfahren. Und wie so Nacht und Nebel webe, erwacht in ihm das alte Leben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Kigar hat zu sehen, hört die Flügel der Engel, die Nähe des Todes. Aber er kann nicht sprechen vom Himmelslicht, von der Wärme des Segens. Was er sagt, wird nicht verstanden. Was er schweigt, wird nicht gehört. Der Prophet hat im Ozean gepflügt, die Leuchttürme entzündet, noch keiner folgt seinem Zeichen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018